Willkommen bei Gazelle. Seit über 125 Jahren bauen wir im niederländischen Dieren mit viel Leidenschaft unsere Fahrräder. Zum Beispiel unser Topmodell, das Gazelle Grenoble. Ein echter Allrounder, wenn Sie es gerne komfortabel mögen. Schon das Finish ist hochwertig. Der Akku ist nahezu unsichtbar darin verarbeitet. Das ermöglicht auch einen stabilen, niedrigen Schwerpunkt. Aber was das Grenoble auszeichnet, ist der tiefe und breite Einstieg. Dadurch steigt man ganz einfach auf und ab. Und das Grenoble ist auch voller Extras, wie die komfortablen Lederhandgriffe, der Gelsattel, die Federgabel und die federnde Sattelstütze. Die breiten Reifen und die gut dosierbaren hydraulischen Bremsen bieten noch mehr Sicherheit beim Fahren. Und mit dem verstellbaren Switch-Vorbau steht der Lenker im Handumdrehen in der richtigen Position. Alle Aroyo Elite E-Bikes haben einen extra starken und stillen Bosch Mittelmotor. Den herausnehmbaren Akku gibt es in einer 400- oder 500-Wh-Variante. Das Mitteldisplay zeigt Ihnen ganz deutlich alle wichtigen Informationen. Sie können auch ganz leicht zwischen den Unterstützungsniveaus schalten. Und Fahrradtaschen oder Zubehör lassen sich ganz einfach am MIG-System festklicken. Entdecken Sie alle Varianten dieses Alleskönners unter gazelle.de 3 3 4 4 5 5 5 6